Ich freue mich, dass Kerstin Homel jetzt auf der Bühne ist. Kerstin Homel wird mit ihren Eindrücken einen Impuls geben und damit auch in die Abschlussdiskussion einleiten. Kerstin Homel ist natürlich, wie auch alle anderen, wie es schon sagte, besonderer Kennerin der Materie, sie wiederum zeichnet aus, dass sie von ihrer Ausbildung her Slarvistin ist, also viele, viele Jahre auch in der Söhne-Hüttemberg selbst studiert hat und auch promoviert wurde. Hier sitzt sie aber nicht als Slarvistin und als Kennerin der russischen Literatur, sondern als Vorsitzende des Vereins Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, einem unserer Kooperationspartner, der Mai 1937 in Barcelona, eine linke Tragödie. Ich danke zunächst für die Einladung und nach kurzen Schrecksekunden, als mir Werner am Telefon die Frage stellte, habe ich mich doch immer wohler mit dem Thema gefühlt und im Laufe des heutigen Tages umso mehr und verstehe mich jetzt eigentlich als Brückenschlag zur Diskussion und möchte natürlich nicht das, was gesagt wurde, noch einmal wiederholen, sondern eher auch das, was im Ausgang des Filmes eben stand, und lehren im Kampf für heute und morgen, aber auch meinen Zugang zu allem. Und ich beginne, es war heute, glaube ich, gar nicht so unüblich, mit einem Zitat, und zwar aus dem Exil der frechen Frauen. Das Undurchschaubare der fernen Vorgänge hatte auch auf Spanien übergegriffen. Unter den kommunistischen Parteien, den verschiedenen Gruppen und Gewerkschaften brach der Wahnsinn aus. Während an den Fronten die Genossen im Kampf gegen den Faschismus fielen, brachten sie sich in Barcelona gegenseitig um. Es gab 500 Tote. Sie waren toll geworden, die Anarchisten und linken Phantasten, die Revoluzzer der Pum, die von der proletarischen Revolution träumten, statt den Kampf gegen den Faschisten zu gewinnen. Aber hatte Maria Osten in einer Debatte mit Genossen eingewendet, sie wollen doch ebenso wie wir die proletarische Revolution. Revolution in einem Land, wurde ihr geantwortet. Alles andere sei Trotzkismus. Sie hatte sich auf die Zunge gebissen und wenige Wochen später war die Pum liquidiert. Ihre Anführer wurden der Zusammenarbeit mit Trotzki beschuldigt, der faschistischen Erhebung, der Verbindung mit der Gestapo, der Verleumdung eines befreundeten Volkes, der Spionage, des Waffenhandels, des Terrorismus, des Umsturzversuchs, des Schmuggels mit Wertgegenständen, der Geldverschiebung und des Betretens des Rasens. José Díaz, der Sekretär der Spanischen Partei, über den sie einen bewunderten Artikel geschrieben hatte, verlangte, dass die Hinrichtungskompanie in Aktion trete. Irgendjemand musste denn in Aktion getreten sein. Dichmanin, Gorkin, Andrade, Bonet, Geronea und Ake, die Führer der Pum, verschwanden, sondern auch viele ihrer ausländischen Anhänger, die nach Spanien gekommen waren, um ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus einzusetzen. Die Zerschlagung der Pum hatte die Wachsamkeit unter den Genossen noch verstärkt. Die Säuberungen in den Parteizellen, die Kritik an sich und anderen, das Offenlegen von Irrtümern und Abweichungen, gehörten nun auch in Spanien zur selbstverständlichen, revolutionären Tätigkeit. So viel als Einleitung, das schon eigentlich ganz viel zusammenfasst. Was fangen wir aber heute jetzt damit an? Und bevor ich mehr zu dieser Frage übergebe, möchte ich nicht versäumen, einen Namen zu nennen, von der ich also auch viele Gruße bestellen soll und auch einiges ausrichten, die auch Schuld daran ist, dass ich jetzt hier heute sitze und einige, die bei uns im Verein Mitglied sind, wissen es und kennen sie. Das ist die Evi Lüders, die sehr gerne heute hier anwesend gewesen wäre. Mit ihren 96 Jahren fällt es ihr sehr schwer, jetzt noch außer Haus zu gehen. Und sie ist Tochter des Spanienkämpfers Otto Kühne. Im Lexikon kann man sich die genauen biografischen Angaben durchlesen. Er war Polizkommissar des Hans-Beimel-Rataillons der 11. Internationalen Brigade und einer der ranghöchsten Deutschen in der Resistanz. Evi selbst hat eine Biografie, die es verdient, aufgeschrieben zu werden. Und sie wäre auch deshalb gern unter uns gewesen, weil sie nicht nur seit 2001, seit der Existenz des Vereins und auch lange vorher aktiv war, auch unter anderem in der VVN und selbst sich während dieser Zeit der Säuberungen in der Sowjetunion aufgehalten hat und nicht nur aufgehalten hat, sondern sie war in der Emigration und wurde mit Eintritt des Krieges dann nach Kasachstan verbannt. Sie hat ihren Vater Otto Kühne verabschiedet mit den Gedanken, so sagte sie mir, er wird wohl mal wieder sein Leben aufs Spiel stellen, aufs Spiel setzen, nicht ahnend, dass sie selbst knapp mit dem Leben davon kommen würde. Und nichtsdestotrotz gab es also bis heute eine solche Veranstaltung nicht und umso mehr danken wir, dass dies hoffentlich nur ein Auftakt zu dieser oder ähnlichen Veranstaltung ist. Ich versuche jetzt einmal involviert in den Prozess, wie wir heute damit umgehen, mich ein wenig daneben zu stellen und zu schauen, ja, wie kommen wir eigentlich zu diesem Thema? Also und vielleicht, wie lange, wieso dauert das auch so lange, bis wir zu diesem Thema gekommen sind? und als ich Mitglied im Verein wurde, das war 2009, da war für mich klar gut, die internationalen Brigaden, ich konnte mir DDR sozialisiert etwas darunter vorstellen, dachte, ich wüsste auch einiges und war dann auch erstaunt, dass wir, als ich vorhin Harald hörte, genau, es ging also nicht nur mir, doch nur ein wenig jünger, aber doch durch manche Schuljahre nicht mehr gegangen, dass doch das Wissen darüber nicht sehr groß war, trotz Filmen, Literatur und, ja, zumindestens der einen oder anderen Schulstunde. Im Umfeld bekomme ich nicht selten die Frage gestellt, was bringt das heute noch? Wozu brauchen wir das? Es ist lange her und mitunter auch, Mensch, du bist doch bei den internationalen Brigaden, Könnt ihr uns nicht mal ein Zeitzeugen besorgen? Wir wollen da eine Veranstaltung machen. Das zeigt auch, dass das Wissen darüber und natürlich eigentlich ist es nur mathematisches Wissen inzwischen, aber doch nicht immer sehr weit verbreitet ist. Und unser Beitrag kann nun auch oder muss nun auch sein, nicht nur das, die Seiten der Geschichte weiterzugeben, die uns vielleicht für unsere heutige Arbeit einfacher zu erklären scheinen, sondern eben genau um Lehren überhaupt erst einmal anzugehen, uns mit solchen Fragen zu beschäftigen, die, das ist glaube ich eingangs delikat gesagt, eine delikate Frage der Linken oder nicht so häufig gestellt. und also mit dem Beschäftigen zu den internationalen Brigaden, wir waren in Spanien, ich war zweimal in Barcelona und muss bestehen, dass das Thema, was wir heute beleuchtet haben, dort nicht wirklich eine Rolle spielte. Aber auch mein, während der Spanien-Aufenthalte wurde mir auf einmal klar, wir ehren hier die internationalen Brigaden, gerade Moment, ich glaube, die internationalen Brigaden haben an der Seite des spanischen Volkes und nicht umgekehrt gekämpft, das heißt, wie war eigentlich die Situation in Spanien? Das habe ich also lange Zeit nicht so detailliert gewusst und da nicht mit dem einen oder anderen hier im Saal sitzen, sind sehr zu Dank verpflichtet, dass wir das also heute etwas besser wissen. Und auch hier habe ich mir angemüt, etwas genauer zu sein, weil auch das stimmt nicht an der Seite des spanischen Volkes, weil es war eben nur ein Teil des spanischen Volkes und das zieht sich eben auch bis in die Gegenwart mit, das wäre ein völlig anderes, nicht völlig anderes, aber ein diesen Nachmittag sprengendes Thema, nämlich die Erinnerungskultur in Spanien heute. Und eigentlich das Thema der sozialen Revolution, das kam erst sehr, sehr viel später und er entschuldigt, dass ich, obwohl ich hier einen Beitrag halte, in dem Beitrag vielleicht mehr Fragen als Antworten habe, aber das kann für die Diskussion nur hilfreich sein. Letztendlich war für mich lange Zeit in Leningrad studierend, das heißt, wie man so schön sagt, an der Wiege der Revolution gab es eine Revolution, zumindest im letzten Jahrhundert, und das war die russische. Und von einer spanischen zu hören und von den Erfahrungen dann zu lesen, das war wirklich eine spannende Sache und ich könnte mir im Jahr 2017 sehr gut eine Veranstaltung vorstellen, die dies vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten könnte, so in der zweiten Jahreshälfte vielleicht. zum Thema des Erinnerns oder wie erinnern wir heute, was erinnern wir heute und das Wort Tragödie ist heute schon sehr oft gefallen und steht ja auch in meinem Thema mit. Und ich glaube, das Erste, was auffällt, ist eigentlich die Umstände oder das Dilemma der Umstände, das heißt, dass es möglicherweise ohne diesen Putsch nie zu einer der Auslösung der Revolution gekommen wäre und umgekehrt damit womöglich schon das Ende der Revolution eingeleitet ist. These, Fragezeichen. Des Weiteren, Ich muss ja erst mal gucken, damit ich mich hier in der Zeit auch nicht vertue. Wie viel Zeit habe ich? Fünf Minuten, okay. Ja, okay, gut. Ich halte mich. Es wurden heute schon einige sowohl tragische Figuren genannt, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, also vor allen Dingen an ihn und wer, also sich auch mit Originalliteratur oder im Deutschen von Rainer Tosdorf beschäftigt, der kann dies also auch nur bestätigen. Für mich ist ein Teil, also es wird hier oft gesprochen davon, von dieser Gruppierung oder von dieser Idee, erst den Krieg gewinnen und dann die Revolution, was sich dann ja letztendlich ins Gegenteil verkehrte, es wurde zuerst die Revolution verloren und dann auch der Krieg. Und das ist also das, was dann also auch im Ende des Filmbeitrages nachklingt, das wird also bis heute bezahlt und natürlich besonders durch die spanische Bevölkerung, aber auch durch die internationale Arbeiterbewegung. Ja, Fazit im Leben für uns heute. Ich glaube, ich freue mich auch, dass Viktor jetzt wieder da ist, also dass er seinen Beitrag vorhin auch geleistet hat, weil mich hätte es sehr gewundert, wenn wir heute hier gesessen hätten und es wäre gar keine Diskussion zustande gekommen, es wären gar keine Thesen aufgestellt worden. Umso erfreulicher bin ich überhaupt über den sehr konstruktiven und kameradschaftlichen und vor allem sachlichen Ton. Das ist etwas, was ich mir für solche Auseinandersetzungen wünsche und was also schon einmal eine wäre oder auch eine Voraussetzung von Auseinandersetzungen sein kann und dass wir uns auch immer selbst hinterfragen. Also für mich waren zum Beispiel Bilder wie die Verabschiedung der internationalen Brigaden mit Begeisterung aus Barcelona, bekannte Bilder, dass also ebenso Millionen auf die Straße gehen beim Begegnis von Dorotty sehr viel später gesehen und von uns nicht unbedingt so kommuniziert und weitergegeben das hängt aber eben und da sind wir wieder beim Anfang es fand ich also den Einstieg heute auch sehr gelungen dass man auch nochmal wirklich die Geschichte Spaniens und der sowohl der Arbeiterbewegung als auch insgesamt des Landes kennen muss um also auch die Rolle der einzelnen Gruppierungen einordnen und einschätzen zu können. Was mir nochmal wichtig ist ist also und das knüpft sich eigentlich auch an die Forderung an eine Forderung von Nien an dass es keine Partei gibt die den Alleinvertretungsanspruch hat oder keine Richtung keine Bewegung das ist vielleicht auch etwas was in der Vergangenheit und in der Gegenwart der Linken oder an den die Linken etwas kranken dass es gibt die besseren und die schlechteren Antifaschisten das kann es nicht sein in der Gegenwart wo wir wie mir meine spanische Freundin auch sagte wir werden wir gehen zum sind zum ersten Mai aufgerufen in Valencia und es gibt vier erste Mai Demos ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen aber alle waren jedenfalls alle haben sich auseinander bewegt und je aktiver und je stärker auch das rechte Lager ist umso zerspaltender und zerspritteter ist die Winkel Fragezeichen ich hoffe es ist keine Gesetzmäßigkeit zumindest zeigt das die Verantwortung die wir heute für das Thema haben und ich würde jetzt herz herzlichen danke herzlichen herzlichen